Meine Kinder, wart ihr eigentlich alle artig? Ja! Wer liegt? Wer liegt? Wart ihr alle artig? Ja! Habt ihr alle euren Zettel abgegeben schon? Ja! Nö. Kommt durchfohlen. Wieso hast du noch keinen Zettel abgegeben? Ich weiß es selber nicht. Wartest du nicht artig? Doch. Müsst du dir was schönes anlassen? Lass uns. Ne, wo ist schon ich? Echt? Ja, ich will den hochlegen, ja. Du bist die Schwester? Casino. Casino? Der hat schon genug davon und bestellt immer noch was. Na, wollen wir mal sehen, ob das auf den großen Zettel drauf ist. Hehe. So, nun habe ich ja viele Kinder hier. Wir hatten hier vorhin so schön gesungen. Das habe ich doch von da ganz oben gehört. Du kannst doch bestimmt auch ein Gedicht. Mh, nein. Mh, nein. Ja, oder nein? Hahaha. Ja, oder nein? Nein? Na gut. Aber, hast du schon deinen Zettel abgegeben? Auch noch nicht. Oder wünschst du dir dich gar nichts? Hahaha. Doch. Mh, du wirst auch artig. So, dann möchte ich mal sehen. Könnt ihr mir ein Lied singen oder ein Gedicht? Alle mal zusammen. Ja. Na gut. Da einer. Ich kann ein Gedicht. Na denn los. Lieber guter Weiner, du meinst, hab ich nicht so böse an. Steck dir deine Rute ein, ich werde auch immer artig sein. Gut, die Rute hab ich eingesteckt. Und böse guck ich dich auch nicht an. Bitteschön, nimm mal eins da raus. So. Und wer kann noch? Da. Macht doch alle zusammen. Lass uns froh und munter sein, und uns hält von Herzen freund. Lustig, lustig, tralalalala, heut ist Nikolausabend da, heut ist Nikolausabend da. Nein. So, nun nehmt euch mal jeder ein Stückchen. Ich hab dir so. Ich hab dir so. Papa. Lolli. Ich hab dir so'n Pappi. Papa Lolli. Lolli. Genau, es war noch gar nicht so'n Pappi. Ich hab mir einen Lolli gelegt. Johannes, geh doch gleich so'n Pappi.